Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, es geht weiter mit Horst, dem Müllsammelautomaten von Big Bonnie. Ich habe jetzt noch eine Runde gedreht durch Jovic City, da gab es gar nicht so viel zu meinem Leitwesen. Da habe ich noch durch Dunder geritten und jetzt hier ist schon wieder ein bisschen was respawned gewesen. 22 Müll, 22 Müll habe ich jetzt. Und wir können jetzt nochmal upgraden, die Maschine auf Level 2 bringen. Bing, 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 bing. Und jetzt hat es auch eine neue Quest für uns, die gute Big Bonnie. Jetzt kann ich scheinbar Horst gerade gar nicht mehr anklicken. Dann reden wir erstmal mit der Bonnie. Tiffany, du hast wirklich eine Begabung hierfür. Och, dankeschön, dankeschön. Ein Erfinder braucht nur eine Idee und einen Haufen Müll, sagt man zumindest. Während du Recyclingmaterial gesammelt hast, habe ich die Feineinstellungen an ein paar Teilen vorgenommen. Unser Horst kann jetzt nützliche Ausrüstung für dich herstellen. Du hast sicher schon von GED gehört, aber kannst du glauben, dass ich eine Weile für ihren Mutterkonzern gearbeitet habe? Die Arbeit, die du erledigst, kommt dir im Moment vielleicht ein wenig simpel vor. So habe ich mich auch schon gefühlt. Aber wenn du dem Prozess vertraust, wirst du mit Ergebnissen belohnt. Sieh dir diesen alten Logbuch-Eintrag an. Nimm und lies ihn. Ich denke, du wirst es interessant finden. Okay, wir haben den nächsten Logbuch-Eintrag. Was können wir denn jetzt herstellen lassen? Wir können einen Picknickkorb herstellen lassen. Handschuhe, ein Rock und Schuhe. Für sieben Müll. Wir haben doch gerade auch sieben Müll. Ach nee, für 15. Und Pferderfahrungspunkte kosten 500. Äh, 5. Also 100 kosten 5. So. Logbuch-Eintrag. Was haben wir denn hier? Logbuch-Eintrag 2. Der erste Tag im neuen Job. Mein lieber Schwan war das eine Reise hierher. Wir hatten ordentlich Seegang unterwegs. Als ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, war mir, als kullerten mir haufenweise Schrauben im Magen herum. Aber jetzt bin ich hier. An dem Ort, an dem ich Leben und Arbeiten und die wundervollsten Dinge erschaffen werde. Eine riesig aufragende Ölplattform vor der Küste Jorwix ist mein neues Zuhause. Wie gemütlich. Diese Plattform ist gigantisch. Die hoch aufragenden Stützen, die wie metallene Spinnenbeine aus dem Meer ragen, sind verwittert und mit Seepocken bedeckt. Die Luft ist erfüllt von der Gisch des Meeres, was meinen widerspenstigen Haaren nicht gerade zuträglich ist. Heute habe ich einige Kollegen kennengelernt. Keiner von ihnen wirkte besonders aufgeregt darüber hier zu sein. Sie wirken fast... lässig? Wieso lassen die Fortschritte von Wissenschaft und Technik sie nur so kalt? Sie sahen fast aus wie Klonen ihren übergroßen Plastikponchos und den riesigen, wuchtigen Stiefeln. Aber ich konnte doch erkennen, dass darunter Menschen steckten, jeder auf seine eigene Art einzigartig. Als einer der anderen das breite Grinsen auf meinem Gesicht sah, hat er mit den Augen gerollt und mir einen finsteren Blick zugeworfen. Die Freude am Neuen wird dir bald vergehen, hat er gesagt. Und jetzt, Stunden später, sitze ich auf meinem Bett und frage mich, was er damit gemeint hat. Ja. Big Bonnie bei der GED. So, lasst uns mal noch einmal da hinten bei den Ölfeldern schauen, beziehungsweise da hinten bei den Öl... Ja doch, sind doch Ölfelder. Von der GED. Vielleicht finden wir da auch noch ein bisschen Müll und können mal schauen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier direkt nochmal 15 Stück zusammen bekommen. Dafür müsste ich da hinten ja achtmal Müll finden. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir da noch finden können. Und dann wird es in der nächsten Folge dann weitergehen mit... Mit was denn? Ja, wahrscheinlich werde ich schon noch ein bisschen Story aufnehmen, aber am Mittwoch ist ja jetzt noch ein neues Rennen rausgekommen. Wahrscheinlich werde ich mich damit dann am Mittwoch erstmal noch befassen. Ähm... Oh, da war noch Müll. Genau. Aber ich werde so viel wie irgendwie möglich diese Woche im Voraus aufnehmen. Das heißt, dass ich dann die nächsten Storyquests schon wieder aufnehme, bevor das Rennen rauskommt. Ähm... Einfach damit ich ein kleines Polster habe. Weil ich glaube, ich gehe deutlich entspannter in die neue Sache, in den neuen Job rein. Ich freue mich natürlich auch schon drauf. Ähm... Aber ich glaube, ich gehe trotzdem noch mal entspannter rein. Wenn ich schon so ein bisschen was fertig habe, einfach für YouTube und ich das entspannter angehen kann. Und ich einfach so ein bisschen in aller Ruhe auf mich zukommen lassen kann, was da eben auf mich zukommt. So, unheimlich umständlich erklärt. Aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. So, das könnte man vielleicht auch damit übersetzen, in Anführungsstrichen, wenn jetzt jemand in eine neue Klasse kommt, auf eine neue Schule wechselt oder wie auch immer, ob man noch nicht so ganz genau weiß, hey, was bringt das neue Schuljahr? Und ähm... Man vielleicht auch YouTube von den jungen Jahren macht. Ähm... Und man dann eben erst mal gucken muss, wie man mit dem Lernpensum so hinkommt. Bevor man jetzt irgendwelche neuen Sachen anfängt oder sich Sachen aufhebt, wo man sich dann hinterher denkt, ach verdammt, hätte ich die doch schon mal gemacht. Ähm... Da entsteht auch noch was. Zwölf. Guck mal, jetzt haben wir 13. Wir bräuchten noch zwei Plastikflaschen oder Dosen oder Glasflaschen oder was weiß ich, was wir hier nicht alles finden können an Müll. Ähm... Die bräuchten wir noch. Obana. Wenn wir die noch bekommen könnten, ähm... Dann könnten wir uns in der Theorie schon mal eins von den Items holen. Oder wie viel brauchen wir, um die das nächste Mal aufzuwerten? Ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt. Vielleicht wäre es auch erst mal ganz interessant, die Maschine wirklich bis zum absoluten Maximum als erstes aufzuwerten. Oh, 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 oh. Da hinten ist noch eine. Also ich glaube auch, dass sie relativ schnell respawnen. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauert. Da bin ich überfragt mit. Aber Leute, wenn ich das jetzt gerade so mache, ich freue mich auch... Ah, da hinten ist noch eine. Ich freue mich auch total darauf, im Dino-Tal dann mal weiterzumachen. Ähm... Und das... Die Archäologie freizuschalten. Ich meine, das ist ja mittlerweile kein wirklicher Spoiler mehr und... Da freue ich mich halt schon wirklich richtig drauf. Das bringt vor allen Dingen auch wirklich verflixt viel Gold am Tag. Also verflixt viel Schillinge. Je nachdem, wie weit man eben ist. Nicht die Archäologie im Dino-Tal, aber die Archäologie in Epona. Und dafür ist das Dino-Tal unumgänglich. Guck. Da haben wir auch noch eine. Jetzt habe ich sogar schon wieder eine über. Oh, da ist momentan auch... Oh. Ich habe mein WhatsApp nicht gemutet. Ich habe eh meine Voice angehört. Verflixt, verflixt, verflixt. Ähm. Llam, 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 llam. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin aus dem Konzept gebracht. So, Horst. 30 brauche ich fürs Upgrade. Okay. Was? Wie sehen dann die Handschuhe und sowas aus? Ich bin ja nicht so der Fan von Rücken. Kann ich mir das nicht irgendwie... Ah, doch. Die sind nicht, ähm... Jumpy-tauglich. Und das ist das nächste, was mich jetzt leider gar nicht mehr so überrascht, in Anführungsstrichen. Die Schuhe sehen aber ganz cool aus, so mit den Zahnrädern. Aber es überrascht mich halt nicht wirklich, weil... Ähm, das habe ich halt schon gelesen. Und leider haben die auch keinen Verkaufspreis. Das heißt, es lohnt sich halt nicht mal. Das heißt, ich werde schön brav weitersparen und hier noch nichts weiter abgeben und gucken, wann wir das nächste Mal Horst auf die nächste Stufe aufwerten können. Ich glaube fast, das ist jetzt das Sinnigste. Jo. Was haben wir denn hier hinten? Haben wir auch noch eine Quest. Ach, das ist aber... Ach, das ist die bei Emma. Nee, das macht jetzt eigentlich keinen großartigen Sinn. Hm. Wartet mal, Leute, ich will mal kurz was gucken. Mir wurde jetzt schon ganz oft gesagt, dass es den Shop in Silverglade, wo ich das Cowboy-Set hier habe, dass es den nicht mehr gibt. Und den gibt es leider tatsächlich nicht mehr. Der war nämlich immer hier. Und ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass der nicht mehr da ist. Weil ich fand das eigentlich immer ganz cool, dass es hier noch so einen Shop gab, wo man auch wirklich reingehen konnte. Da bin ich auch so ein bisschen traurig drum und ich verstehe auch nicht so richtig, warum es den nicht mehr gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das weiß ich nicht. Also das finde ich echt ein bisschen blöde. Ach, da hatten wir die ganzen Sachen. Also Leute, ich wünsche mir so, 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 so sehr überarbeitete Frisuren. Das gibt es überhaupt nicht. Also... Es gibt so viele tolle Frisuren, die aber mit dem neuen Grafikstil einfach nochmal um ein Vielfaches besser aussehen würden. Aber da werden wir uns wohl noch ein kleines bisschen gedulden müssen, bis es da mal irgendwie einen Fortschritt gibt. Und so... Da unten hätten wir jetzt noch eine Quest bei, bei, bei Dingsbums da, bei Dingsbums da. Wir könnten... Mir fällt gerade noch was ein, wo wir mal noch eben hinreiten können. Ähm, und zwar können wir mal noch bei Pharah die nächste Quest. Ähm, abgeben. Ich mache ja bei Pharah relativ regelmäßig und relativ fleißig die Dailies. Und bin da schon ein ganzes Stück weiter. Aber ich habe natürlich die Quests nie weitergemacht, weil ich die nicht ohne euch machen wollte. Und ja, Garten ist dann auch wieder, sind auch wieder so ein paar Sachen hintereinander weg. Und ich weiß jetzt halt nicht, was uns bei Pharah erwartet. Kann sein, das ist was ganz super Kürzes und wir müssen nur einmal mit ihr reden. Deswegen möchte ich jetzt gerade erst mal bei Pharah vorbeischauen. Hallo Pharah! Weg des Lehrlings 7 Manche der Modeideen von heute hätte man auch vor 100 oder sogar 1000 Jahren tragen können. Bei anderen Trends wie dem Korsett bin ich froh, wenn sie in den Annalen der Geschichte verbannt werden. Aber ich finde es inspirierend, dass sich im Schneidehandwerk so viel anpasst und die Zeit überdauert. Macht es dir Spaß zu lernen, deine eigene Kleidung herzustellen? Du bist auf jeden Fall schon viel besser geworden. Ja, ich finde, du bist bereit für neue Anleitungen. Ich packe sie dir direkt in die Arbeitsbereiche. Mach weiter so, Tiffany. Ich bin wirklich froh, dich als Lehrling zu haben. Ja, und ihr seht es schon, wir haben auch direkt noch den Weg des Lehrlings 8. Es ist mir fast peinlich, das zuzugeben, wo ich doch ursprünglich aus Jorvik stamme und jetzt in Valedale lebe. Aber ich habe fast keine Erfahrung im Reiten. Reizzubehör herzustellen ist für mich kein Problem. Aber selbst in den Sattel zu steigen, der Gedanke ist etwas einschüchternd. Vielleicht kannst du es mir ja eines Tages beibringen. Wo wir gerade vom Lernen sprechen. Was du hier im Laden und der Werkstatt leistest, ist fantastisch. Ich denke, du kannst eine neue Anleitung erlernen. Ich hinterlege sie dir am Arbeitsbereich. Und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten. Weg des Lehrlings 9 ist nämlich noch nicht abgeschlossen. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Ihr Lieben, das würde ich sagen, gehen wir dann mal anders an. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge seht ihr wahrscheinlich erstmal noch das neue, den neuen Parcours. Vielleicht machen wir dann hier sogar noch ein bisschen bei Fahrer weiter. Wenn ich bis dahin denn schon genug noch abgeben konnte. Aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Und ja, wenn dann der Reitparcours abgeschlossen ist, dann wird es auch mit der Story weitergehen. Meine Güte, Mittwochmorgen kommt dann keine Folge. Denn die wird dann ja durch die Pferdekauf-Videofolge am Nachmittag gesetzt. Durch die Pferdekauf-Folge am Nachmittag. Wirst wir dann mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wann es da mit der Story weitergeht. Aber auf jeden Fall wird es auch nicht allzu lange dauern. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017